hallo und ja willkommen zurück gibt es noch irgendwas was wir bauen können für das wohlbefinden ein arsch voll trophäen ist ja nee muss doch einmal eine brutmutter was bringt das und sollte nicht das problem sein ich bin immer noch überlegen wofür ist der klebrige schlüssel also ich habe so eine vorahnung habe eine vorahnung in der meinung war da nicht irgend so ein reifen oder so was können wir hingucken wir müssen eh warten bis die nächsten tränke fertig sind und dann ich will mir noch einmal die brutmutter schlagen ich will die rüstung ja komplett haben ok um stillen oder nee das kann ich da reinwerfen tschüss 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 bauen? Können wir uns einen Ball bauen? Hm. Ich weiß es nicht. So, dann bringen wir erst mal das Zeug weg. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann man noch einen Kiesel reinwerfen. Nee, nichts. Kann nichts ablegen? Okay. Mutterspinnzeug. Packen wir dich rein. Hier. Ähm. Ich glaube, wir werden da mal hingucken. Ja, das klingt nach einer Maßnahme. Können wir nicht auf einen Kiesel? Ich höre schon was. Ich höre doch was. Wo bist du? Tot allen Marienkäfern. Wo bist du? Kann ich dich denn werfen? Bei. Ich greife hier überhaupt. Okay. Keine Steine mehr. Wir brauchen die Gnubbel noch. Na? Ach so, da ist was drunter. Ich muss dir auch mal einen Schluck trinken, ja? Nice and clean. Oh. Äh, das war nix. Ich hole mir das mal. Äh, äh. Müsst es doch irgendwo Steine geben. Da. Dann gucken wir uns mal den klebrigen Schlüssel an. So. Ich lege das jetzt mal hier hin. In einer Flucht. Okay. Hier scheint nichts zu treffen. Okay. jawohl mehr weg habe ich nicht habe ich mal geguckt es gibt ein archiv mit und dafür vielleicht treffen wir hier das sind jetzt aber 40 cm hier ich glaube von hier treffe ich gar nichts noch höher das ist zu weit hier müsste ich 40 cm wir gehen jetzt immer nach oben wir haben noch zwei ich wollte jetzt sowieso gucken ob ich wo ist er denn ja ob wir da reinkommen wertmeister oh wir könnten es ja mal gucken ob wir auf äh wo ist er hacker meuchler hier gehen wir auf heute glück wer ist schon eigentlich meuchler stufe drei nicht stufe zwei können wir gleich noch mal machen ja die gut oder spinnen rüstung so ich habe eine vermutung diese vermutung lässt mich gerade nicht nicht so wirklich los na oh Gott jawohl damit hast du nicht gerechnet war Keule ob ich Pusteblume war ähm äh kommen sie ne ich glaube ich werde mir noch ständig eine Pusteblume schlagen keine Pusteblume keine Pusteblume wir wollen die Natur halt ein bisschen hier war die eine dran muss doch irgendwo eine Pusteblume für mich geben einfach eine Pusteblume na schönen Dank auch ich glaube der Schlüssel der kommt in das Ding rein hier war doch irgendwo so ein Reifen ich glaube da so beim Rasenmäher glaube ich war das ich meine mich so dunkel ändern zu können ich kann auch noch ein bisschen Essen mitnehmen na komm schon weg ja verrottetes Essen ähm ja nichts für mich schlicht endlich ja fordertes Essen kann ich echt gut gebrauchen so da läuft Zeug aus Batterie Batterie ist der das nicht ich glaube das ist der glaube das ist der hey komm ich hier hoch bitte bitte ja hier hier müsste ich hochkommen ne 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 gibt es hier nicht vielleicht noch eine Möglichkeit hier drunter und lang zu schwimmen da muss ich wieder meine Kletterkünste unter Beweis stellen die sind natürlich exzellente und on point na na komm hier immer das gleiche ihr seid echt schlechte Gegner wenn man was ähm gillen will ich glaube hier war das na ja da ist ne Kiste die sind ja diese Stachelfiecher ja hier war das okay ist jetzt noch irgendwas muss weg okay mehr ist eigentlich drin so jetzt heißt es hier wieder rauskommen okay dafür war der klebrige Schlüssel oh das ist noch eine Notiz die will ich haben wollte das schon sagen gibt es da irgendeine Notiz durchtränktes Rezept auch Sprengpfeil oh ich sehe es erstmal auf irgendein Blatt kommen hier na da da hin da hin ich hoffe ich bin jetzt auf der richtigen Seite um hier raus zu kommen ich hoffe ich hoffe es einfach ich habe es doch gesagt wenn ich was drauf habe habe ich was drauf Brengpfeil Brengpfeile ist ja natürlich jetzt sehr sehr cool herstellen ich muss was gucken klar Sprengpfeil ist ja richtig was brauche ich dafür Schwarzpulverklumpen kann ich mit diesen Sprengpfeilen auch Steine weg sprengen na die Geschosse ja ja das ist ja richtig was ist das Geschosse das Geschosse dies Geschosse alles Geschosse okay Radwurm ich wollte jetzt gucken wie ich Kleber herstelle was ich dafür nochmal bräuchte was finde ich das ist hier Pampe nee wo bist du wo bist du das wird jetzt nämlich nicht einmal noch was seid ihr ich muss noch ich muss noch Viecher töten ich glaube Termiten gehen wir doch schnell Termiten schlachten ja Reparaturen guck mal na komm das geht auch sehr gut das geht auch sehr gut ist noch so ein Nashund Kiefertier Zwei ich habe doch heute Glück an kann ich nicht wenn ich nicht auch Schmiergitern habe klingt das überhaupt was bei dem Dolch wir werden es rausfinden ob wir uns ein bisschen Leben dazu holen können ja ich muss ja ich muss sie auch noch unbedingt weiterbauen aber das zu geben der Zeit wir haben noch andere Missionen wie spät 14 Uhr achso 14 Uhr erst den Kono den sollen sie mich angreifen wow guck mal an da kommen sie na komm ich habe keine Ausdauer Alter ich werde wahnsinnig abgewehrt oder noch öffert hier ich weg wenn ich mich erstmal ganz in ruhe warum ich mal von den kleinen viechern getötet hab naja ich nehme mal noch ein paar Dinger mit wie greifen die denn da an haut doch nicht ab gut dann haut er ab haut doch ab oh ich muss ein bisschen schneller unterwegs sein das muss ich jetzt nicht verstehen okay in Schlacht war noch ein paar Temiken keine Zeit mit euch zu spielen hier macht das schon tschüss ich wollte jetzt noch Termiten schlachten ich brauche Kleber nein tschüss sehr gut Schrengpfeile das müssen wir mal probieren dann können wir die gleich mal so mitnehmen Schrengpfeile schrengpfeile hier ehrt hier auch diese fette spinne so weg ja die ist nicht stark ist die absolut nicht die ist überhaupt nicht stark die hält nur elendig viel aus hier sind es da gebrochen hier hält nur elendig viel aus äh hält nicht viel aus hier hält nur elendig viel aus oh dann holen wir jetzt erstmal ein paar Termiten diese elendige Skabios ich muss sie irgendwie farmen ey das war knapp so hier habe ich doch irgendwo noch eine kleine Basis gehabt mit Termiten schlachten äh da dann schlachten wir Termiten gut gut 10 Minuten aber ich würde jetzt schon mal sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis denn ciao ciao